Willkommen bei Nördfallmedizin zu einem weiteren EKG-Quickie. Und hier haben wir mal wieder eine Patientin, die sich vorstellt in der Notaufnahme wegen Schwindel. Hinter Schwindel kann ja immer ziemlich viel stecken und hier hilft uns tatsächlich mal wieder das EKG. Lasst uns das EKG systematisch anschauen. Wir sehen relativ offensichtliche Spikes, also Schrittmacherspikes, die gefolgt sind von breiten Kammerkomplexen. Und hier ist ein Spike, wo keine Antwort ist. Hier ist wieder Spike und danach QS-Komplex. Und hier ein Spike und QS-Komplex, der weit vom Spike entfernt ist und auch anders ausschaut. Und hier wieder ein Pacer-Artefakt mit QS-Komplex danach. Wenn wir uns die Morphologie anschauen, also der Pacer erregt den Ventrikel. Er macht ein QS-Komplex, wird also im Ventrikel stimuliert. Dann handelt es sich hier also um ein VVI-Pacing. Ich sehe keine sicheren Vorhofaktionen, weder spontan noch durch den Schrittmacher, sondern ich sehe nur die Spikes, die den Ventrikel stimulieren. Es gibt so ein Linksschenkelblockartiges Bild, wie ein Linksschenkelblock mit hohen R-Zacken in 1 und AVL. Und auch hier über der Vorderwand erinnert es so ein bisschen an einen Linksschenkelblock. Ein bisschen weniger R-Zacken in V56 wie beim normalen Linksschenkelblock. Das ist das normale Bild von einer rechtsventrikulären Stimulation. Und wenn man so viele Schrittmache, EKGs und auch die Röntgenbilder dazu gesehen hat, weiß man, ah ja, das ist eine superiore Achse, also hohe R-Zacken in 1 und AVL. Dann legt der Schrittmacher zum Beispiel rechts apikal. Das können wir sehen. Und die Erregungsrückbildungsstörungen, die sind auch durch die veränderte Depolarisation bedingt, also durch die ventrikuläre Stimulation. Deshalb passen auch die T-Negativierung in 1 und AVL ausgezeichnet dazu. Da liegen keine Scarposa-Kriterien zum Beispiel für einen Herzinfarkt bei Schrittmacher-Stimulation vor. Was der Schrittmacher natürlich nicht machen soll, ist hier ausfallen. Und hier haben wir einen Spike, der keine Antwort hat. Sprich, wir haben eine Schrittmacher-Fehlfunktion. Da funktioniert der Schrittmacher, hier nicht. Da ist ein Loss of Capture oder ein Exitblock, sagt man auch, wenn wir einen Spike haben. Und danach ist kein QRS-Komplex. Woher kann das kommen? Das kann sein, dass der Patient einen Reitschwellenanstieg hat. Das kann sein, dass die Sonde disloziert ist oder gebrochen ist. Aber offensichtlich ist nur intermittierend so, dass der Schrittmacher ausfällt. Hier ist er auch wieder ausgefallen. Ja, es kommt kein QRS-Komplex unmittelbar danach. Aber wir sehen mit relativ großem Abstand hier einen anders geformten QRS-Komplex. Und das ist offensichtlich der Eigenrhythmus vom Patienten. Gut, wir haben also die Situation, dass der Schwindel durchaus erklärt ist durch eine Schrittmacher-Fehlfunktion, den Exitblock. Wir wissen, dass der Schrittmacher meist funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, zumindest teilweise auch ein Ersatzrhythmus da ist. Das ist schon mal besser, als wenn gar kein Ersatzrhythmus da wäre. Was in dem EKG auch auffällt, ist wie groß die Spikes sind. Das spricht dafür, dass es eine unipolare Stimulation ist im Vergleich zu der bipolaren Stimulation, wo die Spikes nur winzig klein sind und schwierig zu erkennen sind. Was können wir nun bei diesen Patienten tun? Wir würden auf jeden Fall erstmal bei unserem Monitoring eine Schrittmacherkennung rein tun. Nicht, dass nur der Spike als Herzfrequenz mitgezählt wird und wir beim Monitor-Alarm gar nicht mitbekommen, wenn der Patient nur noch Spikes und gar keine Eigenaktion mehr hat. Dann würden wir in Pacing-Bereitschaft gehen. Sprich, wir würden unsere Schrittmacher-Defi-Elektroden auf den Patienten aufkleben. Wichtig ist, wenn wir den Patienten wirklich dann transkutan pacen wollten, dass wir mit der Frequenz höher gehen als die Frequenz der Spikes. Die Spikes haben hier eine Frequenz von 50, wenn wir den Patienten also transkutan. Jetzt beim kompletten Exit-Block, wenn wir nur noch Spikes sehen und keine QS-Komplexe mehr, der Patient wird bewusstlos, dass wir dann mit der Frequenz über die 50 gehen, weil sonst haben wir ja eine falsche Hemmung durch die Spikes, die eventuell unser Defi wahrnimmt. Also Schrittmacherkennung, Pacing-Bereitschaft und hätten wir einen instabilen Patienten, könnten wir außerdem versuchen, diesen Ersatzrhythmus hier zu beschleunigen durch Gabe von Atropin oder auch durch Adrenalin in geringer Dosis entsprechend den ERC-Leitlinien, zum Beispiel Bolusgabe von 20 µ, je nach hämodynamischen Status des Patienten. Ein Problem von Schrittmacherpatienten, ihr könnt es euch schon denken bei diesen ausgeprägten Artefakten, die ja auch offensichtlich bei der Herzfrequenz mitgezählt werden, ist das Monitoring sowohl für die Präklinik als auch für die Klinik und daher denkt daran, immer die Schrittmacherkennung reintun und außerdem bitte noch eine zweite Monitoring-Modalität scharf stellen. Man kann auf jeden Fall, wenn sie zuverlässig anzeigt, die Pulsoxymetrie als Herzfrequenzanzeige nehmen und wenn man noch natürlich eine Arterie hat, dann ist es noch idealer zum Überwachen der Patienten. Niemals allein anhand der Herzfrequenz, die nur über das EKG kontrolliert wird, den Patienten-Monitoring. Eventuell hat der Patient nur noch Spikes, die werden gezählt und ihr bekommt es nicht mit, dass der Patient keinen Auswurf mehr hat. Andere Formen der Schrittmacher-Fehlfunktion wäre, dass es nicht ein Problem mit der Stimulation gibt, sondern ein Problem mit der Wahrnehmung gibt und der Schrittmacher zum Beispiel da aktiv wird, wo er gar nicht aktiv werden soll. Da habe ich euch auch ein EKG mitgebracht, wo der Schrittmacher hier und hier und hier und hier aktiv ist und ihr seht, der nimmt gar nicht mehr die Eigenaktionen wahr, sondern paste da einfach dahin, wo er nicht hinpacen soll. Hier ist es in der Refraktärphase vom Ventrikel, da macht es nichts. Hier ist er knapp nach der Refraktärphase, durchaus nahe an der T-Welle. Da kann auch mal Kammerflimmern ausgelöst werden und da ist der Schrittmacher erfolgreich, ein QRS-Komplex auszulösen. Dieser Schrittmacher hat also hier ein Sensing-Problem. Er macht ein Undersensing. Zusammenfassend, bei Schrittmacher-EKGs schauen, hat man Spikes, hat man ein QRS-Komplex nach jedem Spike, kommt der Spike dann, wann er kommen soll und so können sich die Schrittmacher-EKGs auch logisch abarbeiten lassen. Hätte unseren Patienten jetzt eine Magnetauflage genutzt? Wahrscheinlich nicht. Die Magnetauflage führt dazu, dass der Schrittmacher in einen Asynchron-Modus geht, das heißt zum Beispiel hier in einen V00-Modus. Das heißt, er wird gar nicht mehr sensen, er wird sich nicht um die Eigenaktionen kümmern, sondern würde einfach nur starr stimulieren. Ob er allerdings in diesem Modus eine erhöhte Stimulationsenergie hat, die vielleicht erforderlich ist, um regelhaft ein Capture zu haben, das wissen wir jetzt auch nicht. Die Domäne der Magnetauflage ist sicherlich der Patient, der zum Beispiel ein Oversensing hat, irgendwelche Eigenaktionen wahrnimmt, die gar keine Eigenaktionen sind, sondern Artefakte und dann dieses Oversensing unterdrückt werden kann oder der Patient mit einer Schrittmacher-Tachycardie. Was haben wir mit unserer Patientin letztendlich gemacht? Wir haben eine Schrittmacherkontrolle im Krankenhaus durchgeführt, haben festgestellt, dass die Reitschwelle angestiegen ist und konnten durch Erhöhung des Outputs letztendlich wieder eine regelrechte Schrittmacher-Funktion erreichen, ohne dass wir eine erneute Operation durchführen mussten und der Schwindel war in der Tat danach weg. Das war's mal wieder. Vielen Dank. Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.